Hallo Markus. Hallo Günther. In Graz haben wir 0 zu 0 erreicht. Wie ist so deine Spieleanalyse vom Spiel gegen den Sturm? Von den Spielen dieses Jahr, ich glaube, das war unsere beste Leistung. Leider könnten wir nicht durchschießen, aber ich glaube, Kämpfer ist leistungsweise war schon ganz gut. Jetzt geht es gegen Ried am Samstag, was erwartest du von diesem Spiel? Naja, endlich muss man einen Tor machen. Jetzt spielen wir wieder in Hütterdorf. Ich glaube, es wird ein ganz gutes Spiel für uns sein. Bereits am Mittwoch ist ein anderes Spiel, nämlich Österreich gegen Fühnland. Was sind hier so deine Erwartungen? Du siehst das Spiel ja vom Fernseher aus. Naja, mir ist egal, Fühnland muss man siegen. Du selber hast deine Teamkarriere noch im Laufen oder ist sie ruhig gestellt? Wie darf man das bezeichnen? Nochmal. Seit letztem September, Anfang Oktober ist es beendet. Punkt. Okay, aber dennoch schaust du gerne die Nationalspiele der finnischen Mannschaft weiter an? Sicher. Früher war ich Spieler von der Nationalmannschaft, jetzt bin ich wieder Fan von der Nationalmannschaft. Alles klar, danke Michael. Bitte, Günther.